hi freunde und herzlich willkommen zu einem neuen video ihr sehen dahin kommt schon der alex und ich würde sagen wir drehen heute eine trickshot challenge so ein bisschen mit tischtennisbällen bücher und auch nerfgun und ich würde sagen einfach viel spaß beim video wieder dass du bist du mit musik und viel spaß beim angucken ja 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 Stop! Bis zum nächsten Mal.